So, ich habe da hier mal was vorbereitet. Das sind, wie man unschwer erkennen kann, Dispenser, die von hinten mit einem Redstone-Mechanismus angesteuert werden. Hier mit Red Power, das ist eigentlich relativ simpel, das ist alles Repeater, die das Signal kurz verzögern und das Signal geht dann einfach einmal im Kreis. Sobald man hier einmal den Knopf drückt, wird das Ganze aktiviert und dann werden die reihum benutzt. In den Dispensern sind Feuercharges, die feuern sich halt einfach mal ab. Wie man sieht, habe ich ein paar davon erstellt. Kurz mal die Zeit zurücksetzen. Das hier ist unser Testgelände. Wie man sieht, auch nicht der erste Versuch, aber ich habe mal so ein paar Bäumchen wieder hingesetzt, damit man irgendwie zumindest was beschießen kann. So, und das Ganze, glaube ich, spricht einfach für sich selbst. Ich mache das mal an. Der Effekt ist natürlich jetzt viel schöner, weil ich das Ganze im Zirkel laufen lasse. Man könnte die auch alle gleichzeitig aktivieren, aber das sieht nur halb so schön aus. Ja, Zerstörungskraft ist relativ gering, also diesen Explosionseffekt von den Gast haben die nicht. Aber sie lassen es hübsch brennen. Da kann man hier schön so eine Schneise reinballern. Mit der Zeit arbeiten die sich durch. So endlich. Wie wird damals noch ein bisschen ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020